Hallo liebe Leute, heute spielt LAC gegen Fortuna 05 beim ST Columbia Platz. Heute ist Sonntag, 18. September und es ist schon ein wenig kalt, aber ich glaube LAC wird eh schon gewinnen. Ansonsten wünsche ich den anderen viel Glück und ciao. Ja, es war ein gutes Spiel. Wir haben gut gekämpft. Zweite Halbzeit noch mal alles gegeben und somit hat es für den Sieg gereicht und nächste Woche Zweiter gegen Donafeld. Ein sehr tolles Spiel, aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ein paar Momente, die wir haben gewonnen, aber alles wird gut. Ja, wir haben gerade 3-1 gewonnen gegen Fortuna. Starkes Spiel von uns. Wir haben als Halbzeit sehr gut gespielt. Und ja, wir haben den Sieg geholt und jetzt sind wieder Tabellen. Zweiter, aber zur Gesamtleistung Erster. Und vergiss nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren, sodass ihr die nächsten Videos nicht verpassen werdet. Und ciao. Also wir sind hier am Kolumbia-Platz gegen Fortuna. Sehr hartes Spiel, aber Gott sei Dank haben wir richtig gut gekämpft, auch wenn es schwer war und gewonnen. Das war wirklich Wahnsinn. Gutes Spiel, auch zum Zuschauen. Soll ich was sagen? Also es war ein starkes Spiel. Wir haben 3-1 gewonnen. Wir sind sehr stolz auf Stan. Zwei Tore hat er gemacht. Dann hat natürlich auch noch David, auch sehr stark gespielt. Und im Großen und Ganzen haben wir dominiert. Also schwerer als wir uns das vorgestellt haben, aber die haben uns gut gekämpft. Und die drei Punkte sind wichtig. 3-2-1. Gutes Ergebnis. Und wir schauen jetzt weiter Richtung Donaufeld. Hallo. Das Spiel war gut. War anstrengend. Sehr kalt heute gewesen. Ähm, leider kein Tor gemacht, aber als Mannschaft hat die Leistung gestimmt. Reis, sag du bisschen was. Komm. Ja, also die erste Halbzeit war viel besser. Die zweite Halbzeit haben wir ein bisschen lachen lassen. Aber trotzdem, wir haben den Sieg geholt und das ist sehr wichtig. Wir freuen uns. Ab geht's nächste Woche bei Donaufeld. Ein sehr wichtiges Spiel gegen einen starken Gegner. Sehr stark gespielt. Und nächste Woche werden wir noch besser. Weiter LRT in den Tag. Schaffen wir. Wir holen den Sieg nächste Woche. Er hat super gespielt dieses Match. Hätte vielleicht zwei Tore machen können, aber nächstes Mal geht's besser. Nächste Woche holen wir nochmal den Sieg. Vier Siege hintereinander. Nächste Woche weiter geht's. Der Schiedsrichter hat gerade den Ball. LRT bespricht noch was. Währenddessen geht Fortuna schon auf die Mittellinie. Er lässt sich fertig und geht jetzt auch auf die Mittellinie. Jetzt gehen Sie in die Mitte. Malik und ich stehe hier auf. 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 Schauspiel Sie, wie agre Untertitelung. BR 2018 So, jetzt gehen wir zur Positionen. Das aussieht als LHT. So, jetzt kommt es um ein Ball zum Schiff. Dann kommt es um Schiff. Dann kommt es um Hecht. Ja, 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 ja! Wir haben das für heute! Musik Wir hauen sich an, LHC hat den Ball Und jetzt geht ein Rupfer LHC Musik 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 Ich bin ein Worte, aber auch du Mal! Ich fühle mich an, ich fühle mich an. Ich fühle mich an, ich fühle mich an. Ich fühle mich an, ich fühle mich an. Fingert los. Ich fühle mich an, ich fühle mich an. Fingert los. Fingert los. Musik 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 Wenn du mich möchtest, dann gib mir das auf. Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Rein, rein! Geh, geh! Geh! Geh, 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 geh! 2-0 für Elaphim! 2-0 für Elaphim! 2-0 für Elaphim! 2-0 für Elaphim! Knaus! Und 1-0 für Elaphim! Die Ecke ist glücklich! 2-0 für Elaphim! 1-0 für Elaphim! 2-0 für Elaphim! 1-0 für Elaphim! Und jetzt gibt's Ecke für Elaphim! Tobi, Tobi! Geht drauf, Tobi, geht drauf! Tobi, 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 Tobi! Musik Bitte, bitte! Musik 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 Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! Geh, geh, geh! L-I-C! 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 Wohohoho! Wohohoho! Wohoho! 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 Das war schon mal. 3, 4, 1 3, 1 3, 1 4, 2, 1 4, 1 3, 2, 1 2, 1 4, 3, 2 3, 2, 1 1 3, 2, 1 1 1 2 1 1 Ja, ja, Barsch! Grazie!